Oh, ist er jetzt erstmal in den Blut ausgerutscht, war ja klar. Ich hab dich gewarnt. Kann man das auch verhindern? Was? Also nicht alles so tot. Ja. Trinkt erstmal das Wasser. Das ist ergiftet. Nein. Okitoki. Hier ist noch eine Schokolade. So. Wir wollen mal reingucken. Vielleicht finden wir ja sowas wie Kekse. Ja, ja, ja. Kann man das nicht irgendwie überspringen? Wahrscheinlich Anrufbeantworter, der da bliebt. Piep 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 piep. Und? Sei es nicht, kannst du nicht sagen. Ja. 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 Ich bin 37. Ja. Okay. 22. Wo sind deine Eltern? Sie haben eine Reise gemacht und mich mit Sandra verlassen. Sie sind in Savannah, glaube ich. Wo sind die Boote? Sind Sie sicher? Ich bin außerhalb von meinem Haus. Sie können nicht in. Das ist smart. Sie sehen? Kannst du mich sehen? Ich kann dich durch die Tür. Schreie! Schtep! 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 Du monst doch! Schtep! Errungenschaft! Das war der Punkt, wo ich nicht so kaputt gelacht habe, als ich angefangen habe, das Spiel zu spüren. Boah, hab ich mich jetzt erschrocken. Überhaupt nicht blutig. So eine Darstellung hätte ich echt nicht erwartet von dem Spiel. Ach, ich hab das Küssen vergessen. Wunderbar. Ich habe sie schreien zwei Nachts vor. Vielleicht ein von den Monstern hat sie. Zwei Nachts vor? Ja, das ist wahrscheinlich was passiert. Ja, ich will meine Eltern jetzt nach Hause kommen. Ich denke, das wird ein bisschen Zeit. Oh. Sollen wir Hilfe suchen oder weg verschwinden? Das war's. Du hast es für dich. Ja, das ist eine die Zeit. Wenn's das nicht so kaputt ist, dann kommt es gut zu. Ich bin. 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 Ja, warte auf mich Mädchen. Die Mönche? Ja. To Mama. Ich komme nach Hause. Ich werde dich nicht alleine. Wir gehen irgendwo sicher, das ist nah, okay? Das ist eine gute Idee. Hey, Mann! Holy shit! Don't eat us! Wir werden dich nicht verletzen. Ja. Ich dachte für einen Moment, dass du und der Kleine, wir beide geben. Der Kleine? Wir brauchen Hilfe. Du willst raus? Weil du solltest. Die Sachen sind überall auf dem ganzen Ort. Ich habe nichts mehr als das Gnäuble als das Gnäuble, seit der Untertitel von Atlanta, 15 Meter zurück. Ich bin Sean. Sean Green. Lee. Das ist Clementine. Ich bin Chet. Wir sollten nicht in der Öffentlichkeit sein. Wie geht es dir, du und deine Frau aus hierher und nach meiner Familie zu fahren? Es sollte sicher sein. Ich bin dein Vater nicht. Ich bin... Ihr Baby-Sitter. Ihr Eltern sind... ... aus der Stadt. Wir gehen. Wir gehen. Es ist zu lange zu lange für ein Fehler. Was willst du machen? Ich... Ihr Monster kommt! Wir müssen gehen! Wir müssen gehen! Wir müssen gehen! Wir müssen schnell gehen! Let's go! Nice auto! As babysitters go, I'd say your parents are you a tip. Hey Sean, I'm going to run on home. My mama's going to be in a snit. No sweat, man. I'll catch you tomorrow night. It was nice to meet you both. Thank God you're okay. I was worried it'd be bad here, too. Been quiet as usual the past couple days. Well, Brecken down the way thinks his mare's gone lame, but that ain't nothing new. I wouldn't have made it back without Chet. Well, I'm glad you took him with you then. You brought a couple guests. Your boy's a lifesaver. Glad he could be a help to somebody. So it's just you and your daughter then? Oh, not his daughter. He's the babysitter. Honey, do you know this man? Yes. Okay then. Well, looks like you hurt your leg pretty bad there. Yeah, it's not doing so good. I can help you out. Sean, run on in and check on your sister. You, take a seat up on the porch and I'll go see what I have. Let's have a look. Yeah. This is swollen to hell. It's not too bad. Tough guy, huh? What did you say your name was? It's Lee. Nice to meet you, Lee. I'm Herschel Green. How'd this happen? Car accident. That's so. Where are you headed before the car accident? Just, uh, out for a drive. We hit a guy. One of those things you've been hearing about. On the road. Who are you with, the girl? I was with a police officer. He was giving me a ride. Awful nice of him. I'm an awful nice guy. House is full up with mine. We got another displaced family of three sleeping in the barn. You and your daughter are welcome to rest there, and we're done here. I didn't catch your name, darling. Clem... Clementine. Can't imagine what you've been through, Clementine. I'm looking after her until we, uh, find her parents. Hey, Dad. So I'm thinking, first thing tomorrow, we gotta reinforce the fence around the farm. That doesn't seem necessary. I don't know what you saw on TV or heard on the radio, but there's some serious shit hitting the fan. I don't think anyone knows how big it is yet. I wouldn't worry too much. We're pretty far from the city. Seems like that's where it's the worst. Yeah. Stuff like that doesn't happen around here, Sean. Dad, I'm serious. Lee, come on. Tell him what you saw out there, man. I saw a cop come back from the dead. Well, do what you think you should. We got plenty of chores as it is. Lee and those folks in the barn can help out in the morning. We gotta do it. Really. I already said okay. I already said okay. I already said okay. Well, I'm all done here. It will start to feel better tomorrow. Thanks. I'm in the farm. If your legs is hot or the swelling doesn't go down, you're probably dealing with an infection. What do we do then? We'll probably just have to shoot you. We'll clean it, redress it and you'll be fine. Okay. That's cool. There's blankets and such in the barn. We'll be seeing you bright and early. Come tomorrow, which way you think you're headed? Towards Macon, I suppose. The face-as-as-drücke of the girl is just genial. Alright then. Oh. The face-as-as-druck of the girl is also great if you're in the head. Cool. Tell me. Where is Savannah? Pretty far. Oh. Okay. I love you, baby. Hahaha. Attra. fix. Done. Okay. Okay. Give